Hallo da draußen, sagen Sie mal, haben Sie sich auch schon mal gefragt, warum das die Sonne nicht am Scheinen ist? Ja, vielleicht will sie uns ja was damit sagen, ne? Vielleicht will sie uns ja sagen, dass wir Deutschen schon genug geblendet werden, ne? Haben wir doch genug Blender hier im Land rumlaufen, ne? Da haben wir doch unsere Kanzlerin, ne? Die zuvor hier unser Geld, ne? Raus in das Ausland und an die Banken geschaufelt hat, ne? Und jetzt Wahlversprechungen macht, damit sie wieder ihr Kreuzchen kriegt, damit wir dann nach der Wahl, ne? Vor der Bank stehen und haben nix, ne? Kriegen kein Geld, ne? Und im Fußball, da sieht das nicht anders aus, ne? Da haben wir einen Würstchenfabrikanten, ne? Der hat die Traditionsvereine leer geschaufelt, ne? Also auch gekauft, ne? Und hat dann sein Geld auch rausgeschaufelt, ne? Müsste eigentlich dafür bestraft werden, ne? Aber wir Deutschen, wir feiern den jetzt, ne? Weil er die leergekauften Vereine, ne? Denen hat er nämlich dann geholfen, ne? Ja, ich glaub das nicht. Wir sind eigentlich das Land der Märchen, ne? Es gibt sowas wie Rattenfänger von Hameln, ne? Und des Kaisers neue Kleider, ne? Aber wir Deutschen, wir haben daraus nix gelernt, ne? Wir laufen immer irgendwelchen Blendern hinterher.